Hey, ihr Technik-Verrückten da draußen! Willkommen auf dem Technik-Channel. In diesem Video möchte ich mich bei meinen treuen Zuschauern bedanken. Und was für dich dabei rausspringt, siehst du nach dem Intro. Hey, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Michael. Seit mehr als zwei Jahren bin ich jetzt auf YouTube zu finden. Und was ursprünglich als Begleitung meiner Masterarbeit begonnen hat, ist inzwischen ein tolles und abwechslungsreiches Hobby geworden. Auch wenn es zunehmend schwieriger wird, einen Vollzeitjob, ein Familienleben zu dritt und YouTube unter einen Hut zu bekommen, freue ich mich darüber, dass mein Kanal mehr als 4.000 Abonnenten hat und dass meine Videos so gut bei euch ankommen. Kannst du dich noch an mein 555 Abonnenten-Spezial erinnern? Falls ja, gehörst auch du zu meinen treuen Zuschauern, die mich seit mehr als einem Jahr auf diesem Kanal hier begleiten. Auch in diesem Video möchte ich mich bei meinen treuen Zuschauern in Form eines Gewinnspiels bedanken. Allerdings wird die Teilnahme diesmal etwas anders ablaufen als beim letzten Mal. Bevor ich dir aber erkläre, wie du an meinem Gewinnspiel teilnehmen kannst, werfen wir jetzt gemeinsam einen Blick auf das, was du gewinnen kannst. Diesmal verlose ich unter anderem wieder einen Zwischenstecker der Firma Maistrom. Diesen kennst du bereits aus meinem Video Erträge erfassen mit Maistrom. Mit dem Zwischenstecker von Maistrom kannst du nicht nur deine Erträge im Blick halten. Es ist auch möglich, beim Einsatz mehrerer Maistrom-Zwischenstecker verschiedene Geräte leistungsabhängig zu schalten. Dabei werden alle Erträge übersichtlich in einer App dargestellt. Solltest du mehr zum Maistrom-Zwischenstecker erfahren wollen, dann findest du mein YouTube Video hier oben noch einmal verlinkt. Der zweite Preis für einen von euch da draußen ist ein Shelly Plus 1PM. Auch dieses Produkt habe ich bereits in einem Video für euch vorgestellt. Anders als der Zwischenstecker kann dieses kleine smarte Relais auch für den Einspeise- und WLAN-Stecker genutzt werden. Da er durch die Schraubklemmen ganz einfach in einer Verteilerdose und der Zuleitung montiert werden kann. Wenn du mehr zu diesem Produkt wissen möchtest, habe ich dir mein YouTube Video dazu hier oben noch einmal verlinkt. Jetzt hast du lang genug gewartet und möchtest endlich wissen, wie du am Gewinnspiel teilnehmen kannst? Beim letzten Mal habe ich darum gebeten, einen Kommentar unter meinem Video zu schreiben. Damit allerdings diesmal alle die gleichen Chancen haben und nicht aufgrund eines falschen oder fehlenden Hashtags vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden, habe ich ein Teilnahmeformular vorbereitet. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du diese Art der Teilnahme findest. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es notwendig, meinen Teilnahmebedingungen zuzustimmen. Diese findest du in ausführlicher schriftlicher Form auf meinem Online-Blog techniek.de. Bitte lies die Teilnahmebedingungen sorgfältig durch, bevor du am Gewinnspiel teilnimmst. Hier noch einmal die wichtigsten Punkte in Kürze. Du musst bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sein und dein Wohnsitz bzw. deine Versandanschrift müssen in der Bundesrepublik Deutschland sein. Nur vollständig und richtig ausgefüllte Teilnahmeformulare landen im Lostopf. Du kannst nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Doppelte Teilnahmen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Jeder von mir ausgeloste Gewinner erhält natürlich nur eins der vorgestellten Produkte. Eine Auswahl des Produktes ist allerdings nicht möglich. Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach Abschluss des Gewinnspiels. Danach kontaktiere ich den Gewinner, dieser hat dann 14 Tage Zeit, sich bei mir zurückzumelden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein neuer Gewinner bestimmt. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung mit YouTube. Daher ist YouTube auch kein Veranstalter, Sponsor, Unterstützer oder Organisator dieses Gewinnspiels. Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung dieses YouTube-Videos und endet mit dem eingeblendeten Teilnahmeschluss. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du auf techniag.de. Nachdem du jetzt weißt, wie du an meinem Gewinnspiel teilnehmen kannst, schreibe doch einen Kommentar unter dieses Video. Das hilft im Algorithmus und schlägt meine Videos häufiger auch anderen Leuten vor. Das wiederum sorgt dafür, dass mein Kanal wachsen kann. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, empfehle ich dir, das jetzt nachzuholen, damit du die Gewinnauslosung auf keinen Fall verpasst. Und aktiviere unbedingt die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn mein neues Video online geht. Bitte vergiss nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten, damit der YouTube-Algorithmus meine Videos häufiger vorschlägt. Alle Informationen zu mir, meinem Projekt, alle auf YouTube vorgestellten Produkte und meine Kontaktdaten findest du auf meinem Online-Blog techniag.de. Den Link zum Gewinnspiel findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn du nicht genug von mir kriegen kannst, findest du mich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video auf dem Techniag-Channel. Bis zum nächsten Mal.